Ernsthaft, da ist schon da so einer. 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 Fleischköder. Musst du halt irgendwie dazu bringen, dass sie mal hierher kommen. Riecht mal. Oh, die sind doch scheiße. Aber ich habe schon mal ein bisschen mehr hierher gelockt. Das ist schon mal gut. Die Aufgabe ist schrecklich. Fertigung. Kann ich noch was herstellen? Täuschkörper. Oh, fick dich doch, Arsch. Wo fliegt das hin? Hier, hier, guck mal. Oh, ich glaube, den dicken haben wir auch gefahren. Cool. Rennen die mir immer alle hinterher. Und jetzt haben sie es so stressig gemacht. Alter. Mach schnell auf! Mach schnell auf! Mach schnell auf! Ja, ich verstehe dich schon. Durchfall zu haben ist nicht gut. Ja, jetzt ist er drin. ir. Ömm吗? Ja. 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 verstehe sein leiden du bist bekloppt jetzt kommen sie alle aus ihren löchern ich bin von meiner fangmission zurück wie ist gelaufen die fallen sind ziemlich raffiniert sehr gut das wird mir helfen wenn ich große mengen medizin herstellen muss für das erste hast du hervorragend gearbeitet hier ist ein lohn hast du wieder aufträge mir fehlt eine wichtige zutat zum heilen von brandbunden das klingt wichtig ist es auch ich brauche das gewebe eines flüchters aber ein normaler flüchter reicht nicht zum glück wurde in der nähe einer gesichte den ich brauchen kann er hält sich gern auf dächern auf also pass auf wo du hin tritt verstanden das einzige gute ist dass wir ep dafür bekommen sonst würde ich das gar nicht machen parkour schuss das nämlich auf 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 Wo ist das Scheißvieh? Bleib doch Aiden, ist das dein Ernst? Spacko, ey! Ey, manchmal frage ich mich... Geh doch runter, was ist mit dir? Ja! Ja! Ich bin verletzt! Ich brauche Hilfe! Da ist ne Menge grad los, mach mal grad Gesundheit... Ja! 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 T-T-T... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Unfähigste Charakter ever Un covert WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schon weg. Ich bin verletzt und die Infektion breitet sich aus. Ich bin jetzt lang da. Ich bin jetzt da. Sicher? Der glüht aber nicht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der das ist. Ich bin jetzt da. 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 Das war's für heute. Was? Gesangsunterricht? Soll ich jetzt Gesangsunterricht hernehmen? Äh... Ähm... Was zur Hölle? Hier wird gespuckt bis zum Geht nicht mehr. Alter... Schon ein bisschen eklig? Was? 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 mal diese blöden Spucker hier killen! Irgendwo noch einer, wa? Sicher dieses Glucksen. Alter, die Stufe 6. Alter, die Stufe 6. Ja! Das funktioniert? Ja, es geht bei uns, es geht bei uns. ich auch gerade einer reingegangen die arme gerannt cool der streitkoll ist super da fliegen sie ich hoffe die tante lässt mich dann aber in ruhe mit ihren scheiß ganz ehrlich habe ich habe keinen bock mehr auf die hier ein voodoo kram wer hilft das Was ist das? Was ist das? Ich muss eine Laterne bespringen. Ja, er! Im Moment habe ich keine neuen Aufträge. Du warst sehr gut. Ich hoffe, ich habe bald wieder was für dich. Nein. Danke. Sag mal, was hat es eigentlich mit diesem Corvus auf sich? Ihr seid ein komisches Paar. Corvus hat mir das Leben gerettet. Er schritt ein, als ich überfallen wurde. Und seither beschützt er mich. Hm. Verstehe. Ich schaue mal, ob du für mich auf die Jagd gehen kannst. Ich melde mich bei dir. Bitte melde dich nie wieder. Ei, ei, ei. Ich komme nie wieder. Ich komme wie bei dir. Ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Vielen Dank.